Eingebettet zwischen den bewaldeten Höhen des Westerzgebirges liegt in einem Talkessel die große Kreisstadt Aue an der historischen Silberstraße. Sie ist Heimatstadt für zahlreiche Bundesligamannschaften wie Fußball, Handball, Schach und Ringen und sie ist ein gut strukturierter Industriestandort. Aber vor allem ist sie auch eine grüne Stadt und bietet Platz für individuelle private Rückzugsräume. In einer ruhigen Nebenstraße liegt dieses großzügig gebaute Einfamilienhaus. Platzangebot und Funktionalität gepaart mit luxuriösen Annehmlichkeiten sind hier ausschlaggebend. Das Haus, welches im Jahr 2001 gebaut wurde, ist 2006 um einen Anbau erweitert worden, in welchem sich ein Indoorpool und eine Sauna mit Whirlpool befinden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Im Erdgeschoss ist das Wohnzimmer mit angeschlossener Küche und der Eingang zu dem Wintergarten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Weitere Räume, welche sich als Kinderzimmer oder Büro sehr gut eignen, sowie das Schlaf- und Badezimmer sind im Obergeschoss untergebracht. Musik Über ein zentrales, helles Treppenhaus sind alle drei Stockwerke miteinander verbunden. Direkt am Poolhaus grenzt eine großzügige Terrasse an und oberhalb des Haupthauses gibt es noch ein Gartenhaus, welches auch als Gästehaus genutzt werden kann. Musik Diese Immobilie ist ein Edelstein an der Silberstraße im Erzgebirge, der auf seinen Besitzer wartet und zeitnah bezugsfertig ist. Musik 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 Musik